Toll, ich komm mir nicht mehr raus. LOL, ich komm mir nicht mehr raus, Alter. Hey ihr Jimmys, was geht ab? Hier ist wieder euer Bedele und wir spielen heute Minecraft Lucky Race auf dem RandyMC Server. Und ihr seht schon, das ist eine komplett neue Map. Diese Map heißt Super Mario. Was haben wir hier? Gift Dolch. Nice. Denn ich hab auch gesehen, dass der Banks Oh, Goldstiefel, Goldbeinschutz dass er neuen Loot reingetan hat. Wir haben hier eine Unlucky Potion. Okay, ich glaub, die sollten wir nicht trinken. Was haben wir hier? Schon wieder eine Unlucky Potion, aber ich glaub, das sind komplett neue Items. Weil eine Unlucky Potion hab ich so noch nicht gesehen. Ich wollt grad sagen, wir brauchen eigentlich das krasse Zeug. Nämlich Dias. Das wollten wir ja haben. Deswegen sollten wir weit kommen. Aber Leute, ich weiß natürlich auch nicht, was uns auf dieser Map erwartet. Ich spiele das gerade auch zum allerersten Mal. diese Map. Und wieder eine Pickaxe. Ich weiß nicht, warum man einen Pickaxe hier hat. Oh, ein Giant Zombie. Boah, hier sind viele. Geil, 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 Geil. Ja, Extraherz! Ich glaub, es gibt nur ein Extraherz, weil es wär sonst zu okay. Oh, die legen aber gutes Tempo vor, die Leute, die hier in der Runde sind. Das muss man einfach mal sagen. Und wieder so ein Leiter-Jump. Aber wir haben's geschafft. Nein! Und dann fall ich da runter. Okay, wir müssen den heiligen Jump schaffen. Jawohl, geschafft. Nein! Oh, ich bin da runtergerutscht. Oh, Mann! Das kann doch nicht wahr sein, Alter! Komm schon. Jetzt ist er es geschafft. Wir schaffen das! Ja! Ja, 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 ja! So. Das ist easy. Alles klar. Oh, 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 oh! Das war knapp. Okay, wir haben's geschafft. Perfekt! Perfekt! So, hierhin! Okay, hier bin ich erstmal safe. Hier kann ich auf jeden Fall nicht runterfallen. Aber da legen Leute, die legen da ein krasses Tempo vor. Ich bin immer noch bei... Ich bin jetzt bei sechs. Wir sind schon vier weiter als ich. Mann, ich hab aber auch nur Crap in den Lucky Blocks. Also da... Was will ich mit einer fucking... Oh, Goldäpfel! Digger! Das kann ich gut gebrauchen. Aber ich wollte gerade sagen, was soll ich denn mit Pickaxen machen? Oh, ein Braustand. Äh, Braustand. Nice. Oh! Jawohl. Ich dachte schon, hä? Bist du gefangen? Das wäre ja voll sinnlos gewesen. Sonst hätte Banks ja ja kein Checkpoint hingemacht. Nein! Alter! Okay, Doppelsprung. Zack. Doppelsprung! Der eine ist schon bei elf! Komm schon, Doppelsprung! Doppelsprung! Ja! Ja, 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 ja! Okay, und jetzt hier lang. Da, 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 da... Oh nein, wir hätten hier einen Doppelsprung machen müssen. Aber das ist leichter gesagt als getan, Mann. Ja, wir haben hier noch ein Doppelsprung. Ja, wir haben hier noch ein Doppelsprung. Ja, wir haben hier noch ein Doppelsprung. Doppelsprung. Ja, wir haben hier noch ein Doppelsprung. Alter, nice! Geil! Ja, wir haben hier noch ein Doppelsprung. Guck mal gleich mal nach. Okay, diesen Sprung schaffe ich, glaube ich. Jawohl, geschafft, Alter! Okay, ich bin jetzt auch bei zwölf. Okay, das ist ein Kopf-an-Kopf-frei mit mir und Hansmann. Hansmann heißt er. Der Hansmann. Nein, ich bin gegen die Wand gejumpt. Komm, ich muss das Modul schaffen. Also, dieses Modul ist echt nicht einfach, finde ich. Tyson schnarcht schon wieder wie ein Lerimi, Alter. Mann, warum schaffe ich das denn nicht? Eigentlich ist das doch super einfach. Okay, jetzt. Nein! Oh Mann, eine Minute. Okay, jetzt ziehen wir mal unsere Equip an. Eisenbrustpanzer. Oh, er hat das Ziel erreicht. Eisenstiefel. Eisenbeinschutz und Eisenhelm. Okay. Dann ein Diaschwert. Trank der Heilung hierhin. Okay, Leute. Jetzt geht's um die Wurst. Jetzt geht's um die Wurst. Und da wollen wir mal schauen, was uns das Ganze hier bringt. Ich dachte, hier wäre noch eine Kiste des Glücks oder so. Toll, ich komme hier nicht mehr raus. Lol, ich komme hier nicht mehr raus, Alter. Banks, was hast du denn die hier gemacht, Alter? Ich komme hier nicht mehr raus. Ist natürlich jetzt... Ja, geil. Dann lass die Leute doch zu mir kommen. Wie dieser Boy. Und dann kann er mal sterben. Wie geil ist das denn? Ich glaube, die kann sich hier stehen, Alter. Ich tue das als wäre ich AFK. Unser Lowground. Ah, Mist. Okay, jetzt bin ich tot. War aber auch gut so. Nice. Geo-Fratze. 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 Komm her, komm her, komm her, Freund. Nein, Mann! Komm her, komm her, komm her, komm her. Was hat er denn via-Stuff und ich nicht? Mann, ich verstehe das nicht. Ich habe noch zwei Leben. Jetzt muss ich mal was reißen. Wäre gar nicht. Ein Lucky Potion habe ich auch noch. Okay, Leute. Jetzt geht es um die Wurst. Jetzt geht es um die Wurst. Nice, okay. Flippiger Flip, Alter. Der ist... Der hat immer noch vier Leben, der kleine Boy. Der regt mich auf. Junge, du kriegst die Kombo deines Lebens, Digga! Wow! Nice, der hat echt die Kombo seines Lebens bekommen. Und wieder, und wieder, und wieder, und wieder, Alter, Digga! Wen willst du eigentlich ficken? Jawohl. Keine Ahnung. So. Das passt. Nochmal ein Gold-Appels-Nasel. Der flippige Flipper, Alter. Der steht hier irgendwo. Mann, der Hannes-Mann, Alter. Alter. Warum laufe ich so komisch, Alter? Was habe ich hier irgendwie? Was abbekommen? Mann, Mann, Mann. Ich habe auf jeden Fall noch zwei Leben. Ich mache ein bisschen cheesy und warte jetzt mal ab, was die anderen so tun. Ich habe auch noch einen dicken Trank der Heilung, Alter. Den möchte ich mir am liebsten nachher am Ende gönnen. Trank der Heilung, damit ich noch mehr Herzen habe. Ja. Und dann kommt der Boy, weißt du, Alter, was für ein Laramie-Jimson, Alter. Du kleiner Abstauber-Boy, ey. Du bist der größte Abstauber von allen, ey. Okay, perfekt. Okay, ich habe mich nochmal gerettet, Alter. Okay, noch 60 Sekunden. Das ist ein krasses Endmatch, muss ich eigentlich sagen. Jetzt habe ich den verschwendet, den Trank, aber egal. Wenigstens bin ich nicht gestorben. Okay, das wird nochmal richtig krass, Alter. Alle haben noch zwei Leben. Wie krass das ist. Wie sagt man so schön, wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte, oder? Ach, nee. Perfekt, Alter. Ich würde sagen, ich habe gewonnen. Leute, so muss man spielen. Ich habe ja gerade gesagt, wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte. Aber ich bin froh, dass ihr mich nicht noch bekommen habt. Es war auf jeden Fall ein krasser Kampf. Und, äh, ja. Dieser Bug da, das, da, so, das muss man schließen. Man kann nicht irgendwo in der Map, irgendwo runterfallen und da hängen bleiben. Das, das geht gar nicht, Alter. Das ist echt komisch. Leute, das war echt eine geile Runde, muss ich sagen. Und, äh, die anderen Leute waren auch ziemlich krass. Und das gehört nun mal dazu, dass man auf Abschaubt, auch wenn ich immer ein bisschen rage oder so. Aber es gehört dazu, das würde ich auch machen. Habe ich ja auch teilweise gemacht. Leute, das war's von Minecraft Lucky Ways. Nicht Lucky Ways. Das war's von Lucky Ways. Vielen Dank, dass du geschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschau. Tschau.